Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Die Binding of a Thing Repentance, ich habe den Den, den Tracker Unten Jetzt muss ich mal gucken, da, da müsste er eigentlich Stand ja irgendwann mal, so, so, da hinten Da in der Mitte Habe ich gezählt, wie viele Versuche Ich gebraucht habe Ich habe keinen Bock mehr Die letzten Ich glaube Acht Versuche Vier Versuche Waren einfach so wack Das war einfach nur Nerven, nerven Zermürbend Da habe ich gesagt, komm Machst du nicht Die Aufnahme wird weggeworfen Bringt nichts Weil das macht keinen Spaß, ey Da wäre ich nicht Ich wäre nicht unterhalten Ja Das ist zum Beispiel Genauso ein Müll Den ich nicht haben will Komm, wir machen direkt mal Wir machen direkt weg Komm Nächste Was haben wir hier Triple Shot Kann gut sein Ohne DPS Bringt uns das aber Trotzdem Oh mein Freund Explodier mal Dankeschön Du geh mal weg Dankeschön Nächster bitte Das war so klar Wie Kloßbrühe So 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 Schwing Schwing Was haben wir hier Mh 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 Firm war Dankeschön Ich will keine Pillen einsetzen, ne Weil wenn dann, äh HP Down kommt Ist es ziemlich Traurig Aber könnte auch ein T-S-Up sein, ne Hm Was machen wir nun Wein Oh ja Das wäre eine Option, oder Stopp Okay Nein Moment Oh Okay Hm Was haben wir denn da Ein Fragezeichen Mhm Piggybank Okay So Schlüssel Cool Können wir mal gucken Was hier noch so ist Okay Okay Gut Nein Okay Äh Das langt leider nicht Ich bräuchte noch Acht Mün Acht Münzen B Das langt qualcosa Das, das, das Kriechen. Kriechen. Was haben wir hier? Ullack ab. Super. Super. Nee, 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 das. Super. Oh. Hey, hey, hey. Warte, 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 warte. Warte, bitte. Oh mein Gott. Oh. Ow, 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 ow. Okay. Okay, okay. Okay. Evil Up. Nein, bitte. Weg. Gut. Ja. Okay, das ist gar... Ja, schön hier. Nee. Ich mach jetzt einfach, einfach weg. Einfach weg. Weg ist weg. Muss ich mich nicht drum kümmern. Find ich gut. Oh, oh, quiep. Oh, oh, quiep. Oh, oh, quiep. Oh. 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 Oh, ja. Gut. Gut, gut. Gut, gut. 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 Also, nicht so gut. Endlich richtig scheiße. Das ist, das ist vollkommen cool. Das ist auch vollkommen cool. Ich kann dem ausweichen. Das ist dann das Schön. Das ist vollkommen cool. Komm, wir machen mal hier so blutz, blutz, blutz. Ach Gott, das ist ja schon fast anstrengend hier. Kann ich bitte einmal alles haben? Nicht gut. Damage ist auch einfach nicht vorhanden, ne? Das bringt mir gerade gar nichts, Leute. Du, ich hab Zeit, ne? Wenn du willst, können wir das hier den ganzen Tag machen. Wieso explosierst du nicht mit? Digga, so viel. Leben kann man doch gar nicht haben. Wo ist... Ach, da. Neben was luren muss ich. Ach, ne, alles gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. So. So. So, das ist der Raum, wo mein Angel Deal Chance versaut wird. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. Einfach mal machen, was nix wird. All righty. Komm. Sehr gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich hab meinen Angel Deal Schocken. Halt die Klappe. Nix jinxen. Ich wusste es. Sehr gut. Das war's auch, ne? Ja. Wo sind die güldenen Räume? Und hier ist der Super-Secure-Doo. Ich möchte es nicht benutzen. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Okay. Ich hab gar keine Bomben mehr. Okay. Das war so nicht geplant. Okay. 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 Oh, ich brauch langsam irgendwas, um, also, oh, 3,5, ey, 3,5. Was haben wir hier? Wow, cool, danke für den Cent. Wow, cool, 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 cool. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust, ja, ich habe keine Lust. Shit, Knockback wäre jetzt gut gewesen. Ähm, naja. Ich habe, ich habe einen Damager. Oh Gott, jetzt kriege ich auch noch, ey. Oh, ich hätte auch rechts rausgehen können. Jetzt geht es wieder los, Orientierung, Peak, Alter. Okay. 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 So, jetzt mal wieder lebenvoll. Sicher, sicher. Was haben wir hier? Nichts, okay. Habe ich hier vielleicht was? Nee, habe ich nicht. Ich hasse das mit meiner Orientierung. Ich hasse das mit meiner Orientierung. Putz, putz. War ich da schon? Ja, ne? Ja. Okay. Okay. Hier war ich auch. Ja. Und hier war ich. Ja. War ich hier. Bestimmt. Und hier? Auf jeden Fall. War ich hier? Okay, ich mache Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Aha. Hab's gefunden. Ich habe ein bisschen Geld ausgegeben. Falls das jemanden interessiert. Weiß ich auch nicht. Uh. Easy. Ja. HP. Sehr gut. Okay, ich verstehe zwar nicht, warum der eine jetzt nicht so doll getroffen wurde. Habe ich einen am... Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ist ja gut. Komm. Weg. Weg. Geh weg. Gut. Puh. Und kein Angel. Nehme ich das mit? Ja. Oh, ja. Okay. Do-do-do-do-do-do-do. Hey, hey, hey. Nicht aussplitten hier. Bleib mal schön alle auf dem Platz, damit ich... Wow. Wow, du kleines, ekliges Achschock. Was willst du denn? Der Dackbumsi wieder, ne? Wow. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Ups. Oh. Ja, ist ja auch egal. So schlimm ist das nicht hier. Die Passenz hier, ne? Ist ja auch ein bisschen heftig noch. Also es ist nicht zu schaffen, die kleinen Pupis mit einem Schuss umzuschallern. Oh Gott. Oh. 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 Das ist nicht gut. Das ist mit Verlaub richtig scheiße. Vorsicht. Wird gleich getroffen. Hallo. Entschuldigung. 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 Du kleine... Oh mein Gott. Okay, ich bin noch drin. Ich bin drin im Game. Nein. Ich bin nicht mehr drin im Game. Okay. Wir machen kurze Pause. So. Wir haben mir ein kleines Päuschen gegönnt und dann geht es jetzt mal weiter. Weiter. Oder hier im Text. Oh Gott. Oh Gott. Mal gucken, wann ich es schaffe. In diesem Jahr noch, hoffe ich. Diese... Dies zu... Dies zu meißeln. Weil langsam wird es echt nervig. Ich habe keinen Bock mehr. Aber es muss gemacht werden, ne? Das ist wie Wäsche waschen. Oder Wäsche aufhängen. Findet auch niemand geil. Und wenn hier irgendjemand was anderes behauptet... Lügt mir nicht an. So. So, können wir bitte hier, ne? Noch ein bisschen, äh... Hier wird es schon. Le... Le... Ja, ja, ja. Was kommt da wirklich aus? Komm, Spiel hat Mitleid. Was kommt da wirklich aus? 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 Okay, 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 okay. Okay. Komm schon. Nein. Okay. Okay. Okay, 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 das ist geschafft. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kann ich mich auf die konzentrieren. Die sind wenigstens nicht so A&G-lastig wie die Trottlesquadabon. Die Little Monstrous und so. Aber, äh, könntest du da weg... Gut. Kein Problem. Easy. Cool. Haha. Ah. Da-dub-dub-dub-dub-dub-dub. Okay. Da-dub-dub-dub-dub. Oh, die twist. Ja, aber nee. Oh, komm schon, irgendwas geiles. Da, 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 da. Hier vielleicht irgendwas cooles drin. Nö. Okay. Warte. Kleine Monstrositäten. Gut. Ssssss. Das ist ein HP ab, ne? Komm. Was haben wir hier? Okay. Okay. Okay, wie sehr bringen uns Fliegen weiter? Sie fliegen. Ich weiß es noch nicht, aber... Was haben wir hier Schönes? Geile Nummer. Jetzt hab ich Hunger. Das könnte echt hilfreich sein. Okay, 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 okay. Wir beruhigen uns jetzt alle. Ich wollt grad sagen, da hätt jetzt aber so ein, äh, mal auch so ein Ding rauskommen können. Sehr gut. Gut. Ach, ausgezeichnet, endlich. Sehr gut, noch ein zweiter. Ja, ja, nö. Weiß ich auch nicht. Gut. Geh weg. Ey. Das macht man nicht... Sehr gut. Ah, Metronome, nee. Wann kommen denn die Geister da raus? Immer so, wie sie lustig sind? Oder muss man erst drei Gegner in einem Raum töten? Oder was ist hier Phase? Turn your enemies. Ja, okay. Du, 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 du. Okay. Okay. Oh, perfekt. Vielleicht können die da die roten Viecher rausspauen. Ja. Sehr gut. Geili. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich war. Orientierung, ade. Tschüss. Ich verstehe es nicht mit den... Wann kommen die roten... Du's und du dienst da raus? Oh, okay. Soll mich nicht zuerst. Jetzt habe ich noch Ratsch. Oh, okay. Schon bar Coquiet. Oh! Oh, okay. Eine Radienw listens. Ich bin Knot. Jetzt gebe ich auf ihr. Oh, gut. Oops. Uff. Es ist Formerdebt 2. Nee, nee. Vor dem Raum hab ich ein bisschen... Oh. Oh. Cool, denn noch mal, Jungs. Sehr gut. Oh yeah, baby. Oh. 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 Gut, ich hab ihn gesehen. Pfff. 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 Ach du heiliges, können wir mal kurz Aufwand zu übertreiben? Egi Scheiße Scheiße Egal Egal So Machen wir mal hier, so, jawoll Ah, ich hab Spektuals hier Ich hab'n Problem Ich hab' gehofft, dass ein HP Abbeiß Ich sag' leise Mist Ist da die Hoffnung? Ja Okay, okay, okay Ja, okay Nicht hundertprozentig, aber Es ist Mal gucken, wir sind bei 12 Minuten Okay, okay Wir haben Wir kriegen das hin Wir kriegen das alles hin Es ist alles easy Sehr gut Nicht gut Nehmen wir Was soll ich denn da? Das ist das Oh, wir müssen was ausprobieren Es geht nicht anders Gut Ja, super toll Aber Nicht das, was ich brauche und will Sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Fuhl-Karte 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 Wo bist du Meine Fuhl-Karte Oh Okay, 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 okay Der kommt Mutti's Hand Gut, gut, gut Ups Okay Dich? Ne Dich wollte ich, ne? Ja Dich will ich Gut Fünf Minuten Fünf Minuten habe ich noch Ich habe jetzt fünf Minuten Zeit Die Fuhl-Karte zu finden Und den Bossraum zu finden Ich, äh Stehe unter Stress Das müsste hier sein, ne? Nicht da Hier Sehr gut Fuhl ist da Ausgezeichnet I'm a little bit nervous War ich hier richtig? War ich hier richtig? Ja, ne? Ja, sie 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 Gut Gut Es kann doch alles schief gehen Aber wir gehen nicht davon aus Gut Gut Ausgezeichnet 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 Mutter Tschüss Wir nehmen dich Hallo Gar nicht mal so cool Wir nehmen das hier Tschüss Gut Jetzt brauchen wir Ich bin gerade am überlegen Ob Haben wir Alle Räume Gefunden Im Sinne von Alle Goldräume Ich bin mir gerade unsicher Okay Okay, da war ich Sehr gut Wohlbleiben, Junge Du schaffst das Oh, ich hab noch gar keinen Goldraum gefunden Ja Cool Was ist los, Potter? Angst Ich war mir so sicher, dass er gerade ein Tinted Walk war Na ja Ist es hier? Jawohl Gut 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 Die Frage ist immer Was versteckt sich dahinter, ne? Ja, ich bin mir so sicher, dass er nicht so sicher ist, dass er nicht so 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 ist, dass er Okay. Vorsichtig, vorsichtig. Oh mein Gott, ey. Ach, verdammte Hacke. Oh mein Gott. Ist das jetzt für ein Goldraum oder zwei Goldräume? Ich weiß es nicht. Oh. Oh, verdammtisch. Ich würde sagen, wir warten mal, bis Kidney Stone anfängt. Sehr gut. Ich sehe nichts. Das ist suboptimal. Das ist schon wieder ein Devil-Deal, ey. Ach, du Scheiße. Ja. Und das war jetzt der Untergang. Aber, ich sage immer, mir egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach. Ach. Schade. Kann ich nicht eigentlich auch so... Ne, ich bin zu langsam, ne? Ja, ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Alrighty. Let's go. Ich bin gerade super nervös. Ah, das funktioniert gar nicht. Oh, miese Kiste. Miesig. Miesig. Ich hab keine Ahnung, wie ich's gemacht hab, aber ich hab es anscheinend besiegt. Easy. Achso. Ach, ich mo- Wie könnte ich das hinkriegen? Hermit, ja, nee, das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Oh. Ja? Ist jetzt vorbei? Ja. Gut. War ich hier? Genau. Hm. Welches war das? Komm, einfach mal machen. Ich hab keine Ahnung, wie ich hier überhaupt noch irgendwas reißen soll. Deswegen können wir auch direkt mal irgendwelche komischen Whisky-Sachen machen. Oh, das war Mensch, aber schade. Och, Gott sei Dank. Ich hab gerade so da drauf gehofft. Ich hab nicht mal mehr Bomben. Ich hab die ganze Zeit so da drauf gehofft, in nem Devil-Deal um einen live zu bekommen. Aber das war wohl nichts. Hey. Ja. Das war's für heute. 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 Oh Mann, jetzt kommt das Nervige. Genau wegen den Pennern. Oh, fuck. Scheiß, die Wand an. Hilfe, Herrgott. Oh mein Gott, ich zittere. Oh boy. So, jetzt kommt mein zweites Problem. Und zwar... Ich muss irgendwie ein bisschen leben oder so was. Oh nein, nicht ihr. Oh, oh, okay, 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 okay. Seid ihr fertig? Ihr seid fertig. Oh, wunderbar. Oh, okay. Oh, okay. This is steady. Fuck off. Fuck off. Ah, da ist auch nix. Okay. Okay, okay. Es geht weiter. Hahaha, witzig. Aber ich krieg's hin. Ich bin, ich krieg's hin. Ich bin, ich bin noch, ich bin noch da. Ich bin noch da. Easy. Oh, oh. Ich muss doch irgendwo mal ein bisschen Leben oder sowas finden, ey. Oh Mann, 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 Mann. Und ich will noch diesen einen Raum finden, wo ich, ähm, die Schaufel benutzen kann. Okay. 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 Es war schön. Oh Mann. Ich zittere, wie es belaubt. Aber gut, ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's wieder heißt, The Binding of Isaac Repentance Ultra Heart Challenge. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit, gehabt euch wohl und ciao, ciao.